Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im VULKAN Flugzeug stürzt da ab und Kies und Kreis sind jetzt im VULKAN Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im VULKAN Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja die sind jetzt im VULKAN Kies und Kreis, ja Kies und Kreis, ja die sind jetzt im VULKAN Boah, ich glaub ich mach jetzt nen langen, ich leg mich oben nochmal auf die Britsche, du Ja wie, was mit dir denn los, du? Ja wie jetzt? Ja wie, haben sie dir deine Zigarre mit nem Sparschäler gepellt, oder wie? Warum jetzt auf einmal das wieder, ich kann mich doch wohl noch hinlegen Da draußen wartet der Haarlose Haarlavalachs auf uns Wie jetzt, der ist haarlose, aber der noch heißt der Haarlavalachs? Ja, deswegen ist er ja so gefährlich Ja wieso denn das? Ja, der griebst deine Mutter anflanscht, du, da kannst du nicht einmal blinzeln Aber, meine Mutter ist tot Das, ja, und dann mach das erst recht, du Jetzt, würdest du das zulassen? Nein, aber ich glaube nicht, dass so ne Kreatur existiert Ich bin schwer davon überzeugt, dass du dich das wieder einbildest Er buddelt sich durchs dickse Gestein, du Und dann geht er da ran mit seinen Knochenfingern Wie jetzt, dickse Gestein, Knochenfinger, äh, was? Und der hat so weiche Knochenfinger, dass aussieht wie Bockwurst Wie der, der wurstet dich? Der hat weiche Bockwurstfinger, die sind aber gleichzeitig auch Knöchern Irgendwie ergibt das alles keinen Sinn, was du da wieder redest Ja, weil du die Geschichten nicht kennst Sind wir auf der falschen Spur oder einmal hier so groß außenrum, die große Tour Deluxe Ich glaube, wir müssen die große Tour Deluxe fahren Guck mal, da hinten ist voll der Lavasee, ne? Ja, geh doch mal baden, du Du kriegst aber ne braune Bikini-Zone, kannst aber drauf wecken, du Okay, du bist wieder voll drin, ne? Nee, noch nie Du bist ja gefangen in dem Modus Ich war nicht draußen, das ist das Problem Kann man hier runter, so ein bisschen an der Seite dann entlang flitsche ditschen? Ich weiß nicht, guck mal, ob du da flitsche ditschen kannst Kannst du? Ich bin drangedeungleunt, ja Geht das? Naja Weil sonst komm ich jetzt sicher her Ey, da hinten ist auch noch ein riesiges Schiff Ja, aber wir müssen uns erstmal um den dicken Laser kümmern, sonst haben wir ein Problemchen Ja, und da sind deine Kollegos, ne? Ach, die Sombreros Kollegos Das sind die Dos Ombros Das sind die Dos Ombros, aiaiaiai Aiaiaiai El Pula Malenta ferrete fuerte Problem ist, dass wir halt auch das Schiff unbedingt komplett zerknübeln müssen Nee, wieso? Ja, weil du musst richtig an die Doignloings Ja, aber wir können nicht alle Doignloings Du willst die doch alle ausrotten Ja klar, Mann, der Sichi Alter, mein Aim ist heute wieder, alter, richtig geil Richtig laut hier unten drin Mach doch mal leise bei dem Kanister Zack, hier einfach auf den Loris peitschen Oh, der hat ja Kanonenturm, du Muss erstmal hier so eine Infusion rein fusionieren So, atme du mal den ordentlichen grünen schlapperduchst du bist totes, mein Freund Mach mal hier den Kanonenturm weg Ja, ich mach doch hier von der anderen Seite Ja, aber mehr ran Aggressiver Guck mal, das ist hier so eine Lagereinheit, die wir hier zerklöpeln Oh, von hinten da bin ich... Alter, da kommt eine Armee Uff Uff, ich bin down Alter Uff Alter, wie viele kommen denn da? Ich warte auf Hilfe Ich warte auf Hilfe Kannst du vergessen, du tot Alter, was ist denn da angewackelt, komm Jetzt bin ich auch nackt, ne Ich bin jetzt ein nackter Mann, der da den Lava... den Lava-Lizard reiten muss Drücke E, T oder Insert Und, was hast du gedrückt? Insert? E hab ich... Insert... Nee, ich insertche mich da rein Haben wir noch irgendwo ne Pistole oder so? Sonst kommen wir noch gar nicht... Wir müssen uns da ein bisschen reinschleichen Lutten? Ja, da musst du schnell einen Lutten machen Ich muss schnell reinlutten Wir brauchen glaub ich ne Rüstung Ich glaub wir brauchen jetzt ne Rüstung Wir sind jetzt an dem Zeitpunkt gekommen im Spiel Wo man sich so ne Rüstung anschälen muss Warte, ey, jetzt musst du aber zum Rucksack lutten, sonst haben wir ein Problem Du musst jetzt da rüber lutten Oh, Hans, der alte Luttenstecher, du... Ich hab ja gesagt, wir müssen da unbedingt das Containerschiff bezwingen Aber du so, nö Ja, aber da die da auch irgendwie die golden brownies raushauen Ich hab dich gewarnt Hättest du mal auf mich gehört Jetzt hab ich nur noch mal nen Picker Mein Pick-Mick and me Okay, ich hab wieder ein bisschen Shotgun-Munny hier gelootet Hast du die gepickt? Klar hab ich die gepickt, du Alle? Naja, noch nicht alle Erst so ne kleine Vorhut Ne kleine Lüttenhut Wie all die Rügenwalder Alle? Alle? Ich hab sie gerügenwaldert, ich hab nämlich alle genommen Oben sind ja noch 2 Millionen, sag mal, wenn du da bist Alter, da kommen welche ohne Ende Deswegen müssen wir's beeilen Frontal wieder wegpeitschen Frontal erstmal wegrennen Erst so an die Seite Du musst ja an die Seite Dann kannst du erstmal die Frontsalve überleben Welcher Rucksack ist meiner? Da, wo kein Shotgun drin ist Wow, 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 die sind schon wieder bei mir Ich versuch den Pistolenturm zu zerstören Wo ist der Rucksack? Hier drüben Aber der Pistolenturm, der aimt richtig gut Ich brauch Heilung Achtung, komm, richtig viele In meinem Rucksack ist nix Ich brauch Heilgas Moment, Moment, Moment Ich muss mich grad Haben, konzentrieren Weil die Schang heilen mich Ich hab mich geheilgast Ich glaub ich hab die meisten gekillt Ja, ja, ja Da kommt weiter Oh, ich würd hier Harchang heizen El gaso caltolico El gaso caltolico Caltolico Oh, da kommt noch mehr Bruder Schmark, komm Bruder Schmark Der schläft nicht mal mehr Alter, die kommen hier angewackelt Ich war ein Todesschuss Okay, die Seite ist durch Oh, ich bin fast tot Alter, das ist übel Oh, duques Gelächter Oh, ich bin fast Oh, duques oh, ich bin fast Merkur Oh, duques Ich hab aber auch noch, oder? Ah ne, die ist weg. Warum ist meine Milikation weg? Hat der wieder gemobst hier. Warst du an meinem Rucksack? Ne, ich war an meinem Rucksack. Lass das Schiff zerlegen. Auch noch. Na ja, damit wir Ruhe haben. Müssen wir. Das Schiff ist weg. Alter, sag jetzt nicht, die sind geflohen. Doch, die sind abgehauen, weil wir ihre Basis, ihren Lava-Sack zerstört haben. Die alten Seemann-Schnullis. Aber ich würde hier trotzdem noch ein paar Ressourcen mitnehmen. So ein bisschen Schwefel. Haben wir nicht tonnenweise Schwefel? Ja, aber wir müssen auch tonnenweise Schwefelpulver machen, weil wir tonnenweise Munition herstellen müssen. Das wird ja nicht einfacher. Bringt ja nix, wenn wir dann erst Schwefel sammeln, wenn er alle ist. Ich hab Schwefel letztens weggeworfen, weil ich gedacht hab, ich kann nix mehr tragen. Ich war so zugeschwefelt. Schwefel ist voll gut, wir brauchen das für Schwefelpulver. Schwafel vielleicht. Sonst haben wir bald keine Muni mehr. Ja, ein paar Roboter mit der Hacke hakeln und dann hast du auch genug. Und hier ist auch noch Kohle. Brauchen wir alles. Eisen brauchen wir nicht. Eisen ist super wichtig. Ja gut, aber bringt ja da nix. Dann haben wir ganz viel Eisen und dann wollen wir coole Panzerbrechende Munition bauen und dann stellen wir fest, oh, uns fehlt Schwefel. Was denkst du, was in dem Gang da hinten dran ist? Im Labergang. Ja, ich glaub, hier ist nicht viel. Weil normal, glaub ich, ist hier nichts versteckt. Hier wo eine Kiste. Die große Kiste mit der goldenen Rüstung. Mit der goldenen Superlaser-Rüstung. Nee, hier musst du ja alles selber produzieren in dem Spiel. Mit dem deutschen Qualitätskreuz drauf. Kannst du ja nicht mal von den anderen einfach die Sachen weglooten. Und jetzt Iglosch oder wie, irgendwie wieder auf die Schippe nehmen. Boah, zweiter Bereich. Zweiter Bereich, du. Zweiter Bereich, du. Oh. Wo ist der zweite Bereich? Hä, bist du drin? Ich bin drin, ja. Aber wir können nicht fahren, weil irgendwas gebaut wird. Hä, wieso das denn? Naja, weil die Dinger da draußen hängen. Die Produktionsteile hängen doch draußen. Ach so. Ja, dann bauen wir gleich draußen weiter, oder? Ja. Kann man die Produktion nicht so lange anhalten, irgendwie? Na, dann müssen wir jetzt bald wieder ganz schön länger werden, stärker werden. Ja, länger werden, stärker werden, Spaß haben. Wir müssen jetzt richtig schön die Schlange würgen, ne? So, schauen wir mal rein. Was haben wir denn hier alles? Jede Menge, äh, Metall. So, machen wir den Park hier auch noch irgendwie. Gut. Da reicht einem die Produkte sogar raus, hier aus dem Putze. Guck mal, hier haben wir so ein kaputtes, verstärktes Rumpfteil. Ja, gut, wie geht denn das? So mit Forschungsdaten oder was irgendwie, ne? Schluss lass mal da hinten hin, da geht irgendwas Großes ab, da hinten. Boah. Das war ne knappe Kiste, du. Können wir eigentlich da durch? Ne, ne? Ich weiß nicht. Kann man irgendwo sehen, wie viel Munition wir überhaupt... Oh, kacke, 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 kacke! Oh! Auf! Au, was ist? Ihr dampft alles. Alter, hier, unsere Hülle ist kaputt. Hier ist uns alles weggeschmolzen. Die Tür ist, die Tür ist im Eimer. Oh, Reparatur-Kids. Haben wir doch jede Menge. Wo sind die denn? Kupfer-Schrauben, Kupferrohre, Kupferplatten brauchen wir dafür. Heilung. Hab'n nicht so irgendwo in Kisten Kits? Weiß ich nicht. Oh, das war eben richtig fies. Ich hatte noch welche zum Reparieren, aber wo? Ah, hier hab' ich. Hier hab' ich auf jeden Fall. Ich schraub' das Ding wieder zusammen. Wir brauchen irgendwie, glaub' ich, mehr Hüllenstärke und sowas. Boah. Ist das jetzt richtig kaputt? Können wir das nur an der Oberfläche reparieren, oder? Ich weiß es nicht. Nee, da musst du so Türplatten oder was bauen, irgendwie, ne? Wahrscheinlich. Das... Aber ich muss das erstmal da rausholen. Wir hängen jetzt da richtig böse drin. Ha. Auf jeden Fall nochmal hier durch den Laverkessel. Ja, aber dann machen wir doch noch mehr kaputt. Naja, nicht wenn ich die, äh, Hülle nicht überstreize. Deswegen, da muss ich richtig vorsichtig sein. Ich war da oben so doof eingeengt. Ei, 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 ei. Wie komm' ich denn hier raus? Wie sind wir denn hier reingekommen? Du Paul spent mit... Oh, Leute. Einfach nochmal hier drüber, schau' wir gerade so. Hier kommen wir nicht durch. Wir haben nicht so einen starken Bohrer. Oder kommen wir hier doch durch? Probier's. Doch, hier kommen wir durch. Knappes Ding. So, warte, jetzt hier durch. Uff, 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 uff. Hier muss ich irgendein Modul. Na, mach mal, ich muss gerade uns hier durchlenken. Das ist nicht so easy. So, jetzt müssen wir hier nochmal durch. Ich hoffe, wir schaffen es. Boah, knappes Ding. Tauch doch mal da auf, oder? Hier können wir doch auftauchen jetzt, oder? Warte mal hier wieder uns hin. Hier, gehen wir einfach hier hin, wo er haben will, dass wir hin sollen. Ach, hier sind wir dann, was sind wir jetzt? Tunnel Ebene 2. Moment, wo will er uns denn haben? Ich kann probieren, was ist das hier? Hier brauchen wir irgendwas, um Sand zu bohren. Ob ich uns hier rüberlenken kann. Oh, hier ist alles clean. Hier will er haben. Wir tauchen ja nicht mal auf. So. Tauchen wir auf? Ja, ich glaube schon, oder? Na, ich dachte mir, ich bringe uns dann direkt dahin, wo er uns eh hinhaben will, weißt du? Ja, ja. Boah, wir kamen durch das eine gesteinig durch, Lava um uns rum, da hat er direkt uns die Schlange gewürgt. Bis er lila wurde. Ja. Du weißt ja, die lila Schlange ist nie gut. Nee, nee, nee. Nicht so locker ran an das Ding. Boah, wir haben hier keine Tür, aber nichts. Was sagt der Iglosch? Wer will irgendwas? Dafür brauchen wir aber diese komischen Zauberkristalle. Da brauchen wir Zauberkristalle, du. Rohkristalle brauchen wir dafür. Jetzt kann ich erst mal Dings herstellen, kurz. Hä? Achso, ich brauche noch Kupferplatten, Komponenten. Was will er hier haben? Produktionsdaten der Stufe 2, ne? Hier 1 und wo mache ich die Stufe 2 Produktionsdaten? Machen wir mal hier. Im Forschungsmodul mache ich Produktionsdinger. Wie viele Türen brauchen wir denn ungefähr? Ich mache mal... Nee, Moment. Sind das Türen? Eins ist auf jeden Fall eine Tür. Eine Tür haben wir verloren. Ich mache hier gerade so ein Forschungsmodul, du. Ja, ganz kurz. Erstmal nur 2. Das ist ein Pistolentürmodul. So, hier sind auch noch hoher und so ein Kram drin, ne? Im großen Kanister. Ja, ich habe auch gerade einiges noch produziert. Ich sehe gerade, uns geht so ein bisschen die Kohle aus, kann das sein? Frachtraum ist voll. Brauchen wir Frachtraummodul. Aber wie kann ich jetzt hier diese Tür reparieren? Also, ich habe jetzt zum Beispiel ein Türmodul. Wie kann ich das... Also offensichtlich die Wand offen. Das ist nicht gut. Naja, klar. Erst ausschachteln. Wir brauchen 2... Wow, 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 wow! Wow, was war das denn, Alter? Ich habe keine Ahnung, aber wir brauchen 2 blaue Köpfe. Alter, was ist das für Laserwaffen, die die haben? Alter, was sind das für Dudes? Keine Ahnung. Boah, die sind mega strong. Guck mal, ich habe hier jetzt so Dinger. Hier, guck mal, ich habe jetzt hier die Teile. Warte, ich lege das mal da hin. Kann man das... Kannst du das irgendwie einbauen oder so? Ja, klar. Oder? Muss man da nicht einfach nur Ding, den Schrauben... äh... äh... okay. Den kann ich auch nicht bauen. Nee. Ich meine... Köpfe. Boah, ich muss hier auch... was zu reparieren geht. Ist einiges kaputt, äh... Es ist mega viel kaputt. Kann ich hier irgendwie Produktionsding... Ich mache gerade mal hier diese Produktionsmodule für den besseren... Schmierze. Wir bauen auf jeden Fall Kohle. Wände, kannst du Wände bauen? Ich wüsste nicht wo. Komponenten? Struktur. Hm. Fenster kann ich bauen. Kupfer-Bodenplatte mit Durchglas. Kupfer-Tür. Ja, wir haben jetzt halt richtig viel... äh... Frachtraum verloren. Was hast du gerade gebaut? Ich? Ihr habt noch gar nichts gebaut. Ich stehe gerade. Ach so, dann war das ich mit meinem Produktionsmodul. Ja, mir habe ich doch genug, um noch eins zu bauen. Moment. Was ist hier hin? Was ist da hin? Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder unser Schiff hier auf Vordermann... Ja. ...bekommen. Ich brauche Hydraulikbeine. Haben wir davon noch irgendwo welche von diesen Hydraulikbeinen? Ich weiß nicht. Ja, wir haben jetzt ein... ...ein Inventar haben wir sozusagen verloren. Ach so, hast du noch so ein Modul fertig? Nee. Ich dachte, mit den Köpfen könnte ich das noch hinbekommen. Aber wie könnte ich jetzt hier bei einem kaputten Modul... Ich habe jetzt... Wir haben zum Beispiel so ein Schrotflintenmodul. Ja. Wo ist das Pistolenmodul? Auf der Seite irgendwo, ne? Ja. Dann bauen wir das Modul auf der Schrotflintenmodul auf der rechten Seite am besten. Aber wie kann ich das bauen? Ja, mit dem Schraubendreher da. Mit der Zange. Nächster Gegenstand, Mausrad. Drehen, Kuh. Geht nicht. Warte, ich komme mal. Ich lege das mal hin. Äh, du brauchst halt auch noch einen Außenplatz, der halt noch heile ist. So, hier kann ich es bauen. Ach, hier kann ich auch eine Tür hinbauen. Hier kann ich auch ein Modul hinbauen. Hier kann ich jetzt ein Schrotmodul. Aber was ist mit den kaputten? Irgendwie müssen wir es reparieren. Oder muss man die entfernen? Muss man die wegschlagen? Weiß ich nicht. Ich glaube, die müssen wir wegschlagen, oder? Kann das sein? Nee. Oder man muss so eine Wand hinsetzen. Es gibt auch Wände. Hast du mal eine Wand gebaut? Wo gibt es denn Wände? Irgendwo habe ich mal gesehen, kann man Wände bauen. Produktion, Modul, Werkmodul, Türmodul. Nee, irgendwo. Oh nein, jetzt kommt wieder ein Ausbruch gleich. Struktur, hier bei Struktur. Kupfertür, Bodenplatte, Fenster. Ja, aber keine Wand. Ja, aber willst du es... Ah, doch, doch. Hier, guck mal hier. Ersatzwand. Bei Verbrauchsmaterial. Äh, bist du... Nein, ich mach schon. Ich mach schon. Okay. Brauchen wir nämlich... Eins, zwei, drei, vier Stück mindestens. Wo landen die denn? Hier. Warte. Ah, jetzt haben wir wie keine Tür mehr drin. Aber vielleicht kannst du da jetzt das Türmodul reinsetzen. Ja, aber das ist... Das ist nicht korrekt, glaube ich. Oder doch, hier, guck mal. Egal, wir müssen runter. Fahr die Luke ein. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wie man Wände repariert. Das ist gar kein Hexenwerk. Aber du hast jetzt quasi, äh... Ich hab so ein Wandkit gebaut. Ja, ja. Ja, du hast jetzt diese... Du hast erst das normale Wandding genommen. Guck mal, ich hab jetzt schon mal eine Tür reingebaut wieder. Guck mal, ich hab hier oben auch schon wieder repariert. Du musst halt erst die Wanddinger nehmen und da kannst du dein Türmodul reinmachen und da kannst du deine Tür einbauen. Aber im Moment können wir nichts bauen, weil wir unter der Erde sind. Ja. Ja, ich würde sagen, die Folge ist aber auch irgendwie wieder durch, ne? Wie? Naja, durch halt. Fertig. Durch am Ende, oder was? Fertigen her. Ja, also beim nächsten Mal müssen wir auf jeden Fall unser Schiff auf Vordermann bringen. Auf Vordermann bringen, neuen Kesselrand flanschen und dann geht's ab. Wir brauchen halt eine bessere Außenhülle. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir unsere Außenhülle verstärken. Ja, ja. Das können wir halt nur machen, und wir brauchen noch einen Wagon. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Wagon. Wir haben ja jetzt, jetzt sind wir auf Tier 2. Jetzt können wir ja Tier 2 Sachen dann machen, wenn hier, wo Auftrag unterbrochen steht. Auftragproduktionsblaupause. Wir brauchen irgendwie einen schönen Wagon hinklatschen. Neues Glied ans Glied und dann... Naja, und dann mehr Module, aber dann Alte Module raus. Alte raus, neue Reihen, ein bisschen snöckeln. Ja, und dann geht das. Ja. Sehr gut. Gut, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und Bewertung da lassen. Tschö. Tschö. Tschö.